Man könnte es keinem Siedler-Fan verübeln, wenn er inzwischen die Hoffnung aufgegeben hätte. Jedenfalls ging's mir so, nachdem Siedler 8 zu Champions of Anteria wurde, weil's einfach so wenig noch mit Siedler zu tun hatte. Aber jetzt gibt's neuen Grund zur Hoffnung. Es kommt doch tatsächlich ein neues Siedler. Und zwar von jemandem, der weiß, was Siedler sein muss. Nämlich von Volker Wertig, dem Mann, der die ganze Serie damals überhaupt erfunden hat und Siedler 1 und 3 gemacht hat. Also weithin einige der Besten der Serie. Und ich bin zu Ubisoft Blue Byte gereist und hab mir das Spiel als erster Journalist weltweit anschauen dürfen. Ich hab's noch nicht selbst gespielt, aber ich hab Live-Gameplay gesehen und muss sagen, ich war verdammt angetan. Das sieht einfach mal wieder richtig schön nach Siedler aus. Ohne komischen neumodischen Firlefanz wie Online-Zwang, ohne übermäßigen ATS-Teil und auch ohne sonstige manche moderne Innovation wie zum Beispiel ein Sektorensystem. Es ist einfach wieder sehr klassisch. Warenkreisläufe, Träger, die die Waren simuliert tragen. Ich erweitere mein Territorium, indem ich Festungen baue und meine Grenzpöstchen verschiebe. Also ganz klassisches Gefühl, aber nicht nur klassisches Gefühl. Denn das neue Siedler nimmt sich dann doch einige der besten Ideen auch aus den Nachfolgern. Es sieht erst mal am nächsten aus wie Siedler 3 in 3D im Grunde, hat aber auch wieder manuellen Straßenbau, wie es ihn in Siedler 1 und 2 zum ersten Mal gab. Und hat auch einige spätere Innovationen wie zum Beispiel Gebäudeausbau, vier Technologiestufen und, was ich in Siedler 7 richtig klasse fand, verschiedene Siegbedingungen, sodass ich nicht mehr nur mit Militär gewinnen kann. Was, wenn wir ehrlich sind, in einem Spiel, das sich die Siedler nennt, immer schon irgendwie ein bisschen albern war. Man kann jetzt zum Beispiel stattdessen auch einen Champion in der Arena heranzüchten und den gegen den feindlichen Champion antreten lassen und damit die gegnerischen Siedler so begeistern, dass sie von sich aus auf die eigene Seite überlaufen werden. Aber keine Sorge, der Held ist wirklich nur ein Arena-Kämpfer, er ist kein RPG- oder MOBA-Held. Also man muss sich nicht fürchten, dass da irgendwelche Einflüsse aus Anteria noch reinspielen sollten. Wenn ihr mehr zum neuen Siedler wissen wollt, wir haben auf gamestar.de haufenweise Infos, die wichtigsten Neuerungen, wie es sich die coolsten Ideen aus den verschiedenen alten Teilen zusammenklaubt, ein Interview mit Volker Wertig und auf Gamestar Plus noch deutlich mehr. Ganze zehn Seiten Preview habe ich für euch geschrieben mit all meinen Eindrücken vom Event. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut und euch das mal anschaut, denn ich bin nach diesem Besuch zum ersten Mal wieder richtig optimistisch für die Siedler-Serie. Zum ersten Mal seit langem.